hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play battlefield 4 multiplayer modus in dieser heutigen folge spiele ich im modus vorherrschaft auf der map flutgebiet ach scheiße eigentlich wollte ich warten bis da jemand erobert damit ich direkt die flagge verteidigen kann also ich muss sagen ich mag die map nicht hier gibt es nämlich so richtig viele ebenen und und auf nach c jetzt nein ich wollte da na egal da muss ich das jetzt hier mal recht beschossen ist ja nicht ok c gehört uns näher wird wir nein das ist noch nicht so schön ach mein wurf ist aber auch nicht so von guten eltern nach falsch falsche tasten gedrückt oh double kill wir haben gerade ein ziel bravo neutralisiert ok ist hier oben wird alter Moment, da mache ich nochmal die Lautstärke ein bisschen höher, damit ich noch die Schritte höre und mich noch mehr erschrecke. Oh, jetzt bin ich hier gespawnt und natürlich habe ich hier sich beachtet, wo der Gegner hingerannt ist. Oh shit. So, so lässt es sich doch leben, oder? Oh shit. Uh. Knapp. Also. Wow, und jetzt dominieren wir. Na gut. Oh shit. Ist da einer? Hm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, nein, nein, nein. Ach, der ist runtergesprungen. Okay. Handgun-Wirbens. Das ist aber ein cooles Dog-Tag. Da kommt der Tod sozusagen aus der Waffe heraus. Dann werde ich jetzt versuchen von außen zu kommen, weil die sind auf jeden Fall, na, was heißt hier, die sind nicht hier, aber, wow. So, wir müssten hier oben sein. Ja, da sind sie. Fuck it. Nein, 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 nein. Das war richtig schlecht von mir. Wow. Mach mir doch nicht so viel Angst, mein Freund. Hey, 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 wir ballerten hier. I can see someone. Äh, ich kann niemanden sehen. Das ist ja Wunderbärchen hier. Jetzt habe ich ein bisschen, äh, Schiss. Alter, da ist doch einer. Na, komm, komm. Wir waren hier, Angriff, ab nach C. Okay, bei wir sind die wieder. Moment, ich bin, dann machen wir das. Genau. Ja, und Angriff. Oh, da ist, wie es aussieht, weg. Der Gegner. Nein. Oh, lol. Wie kam der denn da hin? Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatz 10 Alpha übernommen. Ich habe hier gerade Schritte gehört. Ach, der ist oben. Der Typ, den ich gehört habe. Ja, ja. Dann muss ich jetzt. Hier rum. Na, kratzen, kratzen. Ah, nein, bei B. Okay, B ist safe. Nein, hier geht es nicht nach oben. Da geht es nach oben. Hey. Ich habe ihn gar nicht gehört. Wo war der denn? Das, das ist bescheuert. Nee, bei den spawne ich natürlich nicht. Bei meinten Kollegen will ich nicht spawnen, weil dann wirst du so fortgekillt. Instant, oh, der hat eine Ding ins gelegt, hat der eine Claymore. Ja, da ist sie. Oh. Oh, shit, Alter, da ist die Claymore zerstört worden. Ähm, das ist nicht schlecht. Da oben war einer, oder? Wir haben Einsatzteam Charlie neutralisiert. Alter, da geht die Action ab. Oh, ich habe keine Dinges mehr. Ah, da ist eine Claymore. Na gut, dass ich da nicht hingegangen bin. Jetzt aber schnell Reloading. Meloden nachladen. Ah, nein, das ist nicht gut. Na komm, lass mich bitte. Danke, danke. Wo zum Teufel ist der? What the fuck, der habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, gut. Gesaved. Aber so sicher ist es ja auch jetzt nicht, oder? Neue Pistole, M9. Neue Pistole, M9. Not bad at all. Keine schlechte Waffe. Oh, da war ein guter Laserstrahl. Aber da habe ich jetzt auch keine Gegner erkannt. Das heißt, ich muss sofort hier nach oben. Ey, das ist Claymore City hier. Wir haben gerade Einsatzstil Charlie verloren. Achtung, Achtung. Einsatzstil Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Na, kommt. Leute. Oh, ich habe keine Mutti mehr. Scheiße. Fuck. Aber Jetzt Weiß ich wenigstens wie man Flutgebiet spielt Ein bisschen mehr Also ich komm jetzt ein bisschen besser klar Aber nur nicht so Oh 100%ig darauf Wie man am besten Alter Spielen sollte Okay 25 Tickets haben die noch Wir gewinnen das Oh scheiße Der hat Oh der ist doch Richtig hart der Typ Haha ich werfe auch eine Einfach nur um die Kids zu kassieren Aber das hier ist Totenwache pur Da gehen wir jetzt noch ein bisschen nicht hin Aber wir gehen einfach jetzt Toate hier hoch Oh Oh Ich kann das mal Hallo Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß der ist unten alter da ist nicht mehr feierlich jetzt schnell weg hier, die kommen die wollen mal einen Speck da nein den hätte ich noch erster okay der eine freut sich voll der ist ja cool der tanzter ey bis der morgen erwacht das macht Spaß Battlefield 4 vor allem auf dieser Map hier, die ich eigentlich gar nicht kann also okay, jetzt bin ich natürlich erst da wenn ich jetzt sage, ich kann sie nicht, dann ist das eigentlich quasi gelogen, aber ich fühle mich jetzt nicht so profihaft auf der Map, sorry diese ganzen Ebenen da muss man halt immer nach den Gegnern suchen und du weißt nie ob links hinter dir noch ein Eingang ist wo jetzt gerade einer steht wir sind ja hier nicht bei Waymo 6 Siege wo du auch jede Ecke abgucken musst ich glaube hier ist gerade WXP oder ach ne, vielleicht habe ich einen Boost aktiviert genau das kann natürlich auch sein da mache ich jetzt mal hier einen Cut bis gleich bis gleich bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020